Hallo! Hallo! Hi! Wir haben heute wieder ein neues Video und heute haben wir wieder einen Gast bei uns. Denn Melissa, die kennt ihr bestimmt schon aus unseren anderen Videos von Klassener Fazt Video. Und ihr habt euch ja unbedingt ein Video mit ihr gewünscht, ja? Und jetzt haben wir sie da. Ne? Freust sie dich? Ne. Und wir drehen heute die Lip-Reading-Challenge, wie ihr bestimmt schon gelesen habt. Und ja, dann geht's jetzt los! Ach so! Auto! Autobahn! Ist alles okay. Okay, jetzt sag ich. Machst du Musik? Musik ist scheiße. Das verstehe ich nicht. Okay, ihr müsst jetzt weiter auf meinen Lippen hören, ja? Was? Wir müssen jetzt beide auf meinen Lippen hören. Was? Fellmund! Was? Werdpool! Warum schreist du? Merde ich es nicht. Ich auch nicht. Okay, gut. Und wer... Ta besteht aus meiner Hälfte. H-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h! Was? Irgendwas mit Fellpuls. Eingolf. Wo denn? Polarexpress. Wellpolar. Keine Ahnung. Quellbrunnen. Okay. Kaugummi. Warte. Ist auch egal. Die Wörter nicht gibt. Auf der Erde. Lampe. Das ist ein Wort. Lampe. Warte kurz bis sie anfängt zu singen. Warte kurz bis sie anfängt zu singen. Warte. Okay los geht. Lappenschein. Nein. Hör mal auf damit. Ich muss so aussehen. Lappenschein. Lichtschalter. Lappenschein. 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 Ja. Lappenschalter. 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 Was schon? Lappenschirm. Ja? Lampen! Lampen! Mach mal das andere Wort! Lampe wissen wir ja schon! Okay! Scheiter! 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 Nein! Scheiter! 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 Mach mal langsam! Lampen! Scheiter! 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 Lampen! Scheiter! 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 Sag mal den Anfangsbuchstaben! S! S! S ja! Dann was? Kann ich so egal sein! Schieber! Nein! Lampen! Lampen! Scheiter! Nein! Lampen! Ständer! Lampen! Ständer! Ja! Ja! Ich hab's auch fast gesagt! Was ist denn ein Lampenständer? Ich hab gesagt, das ist doch egal! Lampenständer! Okay! Lampenständer! Okay! Lampenständer! Unser! Holster! Heather! Holster! Holster! Häuser! Häuser! Hollister! Häuser! Odda! Hollister! Orda! Holzer! Nein! Mach doch mal die Kurve mal rein! Ich verstehe einfach nicht. Ich verstehe nicht. Hollister. Unster. Hollister. Oh. Hollister. Irgendwas ist ein A. Hast du? Hollister. Unter. Hollister. Hollister. itzer. Hollister. Forster. Hollister. Beh! Hollister. Hollister. Kann ich nicht? Ich höre es langsam. Aber ich höre es da. Aber nicht da. Hol es da. Hol es da! 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 Augenbraunschere! Dinosaurier! Streitstift! Sternschnuppe! Ich meine... Also willkommen! Sternschnuppe! Sender! Schopfach! Schreibstift! Schoppe! Schleischoppe! 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 Sorry! Schoppe! 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 Was? Ich darf nur noch reden! Streitstift! Schrei! Schrei! Schreien! Schere! Schreien! Schreien! Schel! Schel! Schnell! 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 Schere! Schen! Sterめ! Schnecke! Pterne! Was? Was? Sterbschnuppe? Fickt euch! Jetzt. Was? Den Arsch. Deco-Halz-Höhe. Koala. Tonhöhe. Hat er Ton gesagt? Deco-Halz-Höhe. Deco-Halz-Höhe. Kugelschreiber. How did Lukas? Es ist ein Wort. Se-ko-Halz-Höhe. Eroberung. Se-ko-Halz-Höhe. 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 Deko-ra-tion! Deko-ra-tion! Komm mir, komm mir! Deko-ra-tion! Deko-ra-tion! John! Verblende Deko-ra-tion! Deko-ra-tion! Oh Mann, Mann! Er hätte ich oft drauf kommen können. Bin ich aber nicht! So? Komm mir! I'm a leader! Komm mir! Feldhase! Feldhase! Ich hör euch! Ich hör euch! Hör euch! Hör euch! Hör euch! Wer liebt mich? Verliebt! Verliebt! Ja! Feldhase! Was? Verliebt! Ich bin verliebt in der falschen Mädchen! Wie soll ich das begegnen? Please don't let me go! Habt ihr? Fabo! Ist das schon angepackt? Nein! Blumenstrauß! Blumenstrauß! War es richtig? Oh! So! Das war jetzt unser Video mit Melissa! Wir hoffen, ihr fandet es lustig! Gleich kommen auch noch mal ein paar Outtags! Und dann hoffen wir, dass euch das Video gefallen hat! Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal! Tschüss! Tschüss! Tschau! Fick dich! Zwei müssen raten? Ja! Okay! Willst du zuerst anfangen? Achso! Ich fang jetzt an! Nee, du machst die Stöpfe rein! Achso! Ihr beide müsst raten! Nein, du musst raten! Ach stimmt! Nein! Doch! Ich muss reinmachen und ihr müsst Wörter sagen! Nein! Doch! Ich kann doch kein Wort sagen, wenn ich Musik drin habe! Weißt du, du hast Musik gehört und ich habe immer das Wort gesagt! Ja! Oder muss man da auch noch Wörter reinmachen? Nein, egal! Guck mal, wenn du mich anguckst, musst du auf meine Lippen achten! Dann muss ich... Ja! Genau! Und muss ich mir aber auch sagen! Und zwei müssen ja dann Musik hören! Ja, zwei! Was soll die zweiten Stöpfe? Oh nein! Laufst du da? Euch? Das ist hier ein Stöpfe-Paradies! Ach, hier! Hast du schon mal ein bisschen? Hast du schon Wort? Ja! Ich gehe nicht! Also, du hast mich zu wissen, dass... Oh nein! 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 Armbranchiere! Dinosaurier? Tschüss! Tschüss! Fick dich! Ja! Hey, tschau, bitches! Tschüss!